Wuuuhuuuhuuu Liebe Schnittchen, herzlich willkommen zum Spooksügel bei Game of Life 9 Der hat wieder sein DLC-Kram da am Start Jaaaa Wuuuhuuu Dabei sind unsere Grusel-Experten Peter, Sebastian und Christian Wuuuhuuu Und die anderen haben ein ganz normales Spiel dabei Ja Ist das gruselig, weil du zu sehen bist oder warum ist das bei dir so gruselig? Ah, ne wegen dir Letztes Mal bin ich doch ganz gut damit gefahren nicht die Universität zu nehmen Oder habe ich nicht gewonnen sogar? Ja du hast gewonnen Peter, du hast einfach krass Die Tactics Aber ich bin einfach nur Beruf gewählt Ist ok Peter Ist ok, ich weiß aber nicht mehr ob ich letztes Mal Uni oder Beruf gemacht habe Ich möchte Frankensteins Ex-Doktor sein oder sowas Ex-Doktor? Ich dachte das Monster Lol Alter, ich seh ne Kraaaake Hahahaha Hahahaha So komm Ich bin Kraaaake Das ist natürlich cool Direkt drauf Ok, was wird Peter jetzt? Das ist nicht Peter, das ist Christian Achso ist Christian Ok, was wird Christian bei mir? Ich werde Ja, ja Ja Stimmt, ich selber was anderes steht dann da, ne? Jaja, bei mir steht was anderes Ach voll chillig Sag mal, was bei dir steht Wow, App-Entwickler oder Video-Game-Entwickler Hey, das steht bei mir auch, ist der verrückt Das steht bei mir auch Das ist ja Wahnsinn Dann hängt das aber abhängig, dann hängt das von euch glaube ich ab Das kann sein Dann können wir nur was cooles werden, wenn wir rein cachen Wow Naja, das ist ja selbe Aber die 7 ist aber ne Kackzahl Ey, quasi Alter, das ist die Kraken Kann aber auch ne Glückszahl sein Die 7 ist ne Krakenzahl? Nee Aber die 7 will doch keiner würfeln Das ist viel zu hoch Das ist gut, dass Bram nicht dabei ist Der kann nämlich nicht drehen Das ist immer weg Das stimmt Er lernt die Zarre spielen Äh, ne, ich nehm lieber ein Comic Wollt ihr denn? Alter, das soll doch was anderes Oder was anderes Voll double downen können Auf Wissenschaft Der Kronenwohl In einer Runde 2 Kronen holen ist halt auch schon stark Hahaha Ja, als erster ist das schon gut Ich will auch hier was geiles machen Wieso bist du eigentlich Der kann hier nicht würfeln, ne? Ah, 7 Da hab ich auch ne fucking 7, die Pissas Ja, genau 50.000 Kann Jay-Z erstmal das Studium nicht leisten Finde ich gut Ich bin doch schon weggezogen worden Achso, okay So, irgendwas geiles jetzt, komm Lass mich irgendwas geiles sein Wie hier spielt denn Niklar oder Koch Was ist es? Was ist es? Was ist es? Come on Monsterhüter oder Werwolfriseur? Ey, guck dir das mal an Der kriegt direkt 90 und 100.000er Was ist das denn? Ja, da werde ich natürlich auch Merkel öffne Friseure Werwolfriseure Ich glaub, der hat das mal der DLC gekauft hat Und die 190 ist doch nicht geil, oder? 90 kann steuern Das war voll gut Das Verhältnis bei dem anderen war besser Ja, aber dafür kann ich auch Das ist ja noch mal wieder Und der hat die 3 Die 3 ist auch gut Ja, die 3 ist gut Der hat's schon gewonnen mit seinem DLC Komm, 100.000 rein cashen, Jay Mehr den Rasen des Nachbarn Oder zählt unter den Sternen, Alter Ich bin Werwolfriseur, ja Da kommt die Krone Da kommt die Krone Oh yeah Wie die ganze Zeit so eine Hexe hier oben Und das alles rumflieht hier Ja, ich glaub, du siehst auch bei Hexen hier Ich kriege jetzt richtig ab Oh, Peter geht wirklich nicht studieren Aber mobil Da hab ich doch letztes Mal mit gewonnen Wieso kriegen Videoblogger nur so wenig Cash? Du hast beim letzten Mal nicht gewonnen Weil du eigentlich unerfolgreicher bist Entschuldigung, manchmal bist du sehr leise Und dann bist du wieder selber Manchmal hör ich dich einfach nicht Hier tut mir wirklich leid Peter, gib dich jetzt selber Geld Ist klar Immer in die eigene Tasche wirtschaften Na, das können die ganz gut hier Was war das für Videoblogger? Ja Wie reich er ist Nee, ich bin halt andere gewesen Ich hab vergessen, was er früher war Ist natürlich richtig okay, dass Peter so reich ist Das ist gut Das zählt nicht Riggt Nix sagen Das hat Jay so vorteilhaft genachteiligt Erstmal studieren gehen hier Ja, komm hier, es gibt einen Scheiß drauf Schon achtmal studierte man im Leben Alter, kann man sich heul auf? Das ist jetzt dumm gelaufen Ich glaube, wir könnten beide recht haben Ich kriege immer die Opreser Weil beim letzten Mal hat Peter gar nicht mitgespielt Achso Ja, ich mein natürlich das letzte Mal, wo ich dabei war Komm in die eigene Tasche Ich hab das erst einmal gespielt hier Oh, direkt Gehaltserhöhung Alter Jawohl Alter, ich bin krasser Robo-Ingenieur Als ob der direkt so ne Scheiße kriegt Nice Was So was fettes Lächerlich Ich hab mich aber angeschmiert fühlen, wenn ich das Geld vorausgegeben hätte Geil Ich hab dafür kein Geld ausgegeben Ja Ja Fuck you Jeder lacht, weißt du Haha Ja Jeder hat das Geld ausgegeben Jawohl, da ist doch mein DLC Ja, fuck you Money Von Christian natürlich Er steckt dran Wow Ich werde jetzt erstmal deine Emma hier frisieren Weil ich bin ja Werwoll-Friseur Aha Die müssen aber nicht frisiert werden Nein Der Hund muss nicht zum Friseur Aber schneidest du dem schon mal die Haare zwischendurch? Nein, verliert die einfach die Haare? Ja Die verliert einfach die Haare Das ist krass Jeder Werwoll-Friseur braucht seine Robert Pattinson dazu Corgi braucht keine Hundefriseur Dafür verlieren die die ja Die waren Vampire, oder? Das ist das Schlimm Ja Robert Pattinson Ja, der ist Vampir Aber es gab doch auch einen Werwolf, oder? Ja, das war der andere Ja, das war der andere Ich brauch aber nur Geld Tryline Ich weiß nur, dass meine Angetraute voll auf den gestanden Nein, Peter, so hieß der Film, wo die beide mitgespielt haben Aber Wie hießen die denn nochmal? Ich weiß noch, stopp! Kyle? Ne, Kyle heißt der nicht, ne? Die hab ich den Film nie gesehen Immer nur in Auszügen Wenn ich am Fernseher bei meiner Frau vorbeigelaufen bin Der war doch indianischer Nein, er nicht indianischer Wenn ich den Kopf geschült habe Nein Indikanischer Ureinwohner war der doch Money, money, money Indianische Ureinwohner Oder ist aber auch nice Der vermischt Jawoll, Frau gefunden Der war noch vor den indianern da Der war noch vor den indianern da Ey, du Dich nehm ich Ist einfach rein teleportiert Peter hätte lieber die Hexe im Hintergrund nehmen sollen Ja, ich hab nochmal nachgeguckt Bei dem einzigen Spiel, wo ich mitgespielt habe Hab ich tatsächlich gewonnen Sehr gut So Ja, mit ner 10 aber nicht, Peter Ach, das zählt wieder nicht, ey Komm, ey, leck mich doch Ne 3, du Pisser Gib mir erstmal schön Sand hier Moment, mach ich doch mal was ich noch an Guck mal, der Jay, der weiß gar nicht mehr, wie er seine Miete bezahlen soll Ich hab 180k, was willst du von mir? Und ich hab Schon Liebe Schon Liebe? Ja, ich hab schon Liebe Auch der Liebe Ja, so kronentechnisch sieht er bei mir nicht so optimal sein Ach komm, jetzt bleibt doch nicht mal auf diesen Geheizdingern stehen Richtig so Ja, ganz am Ende einfach immer drehen Ich bin schon abgefuckt Ich bin schon abgefuckt Guck mal, Sepp kann nicht würfeln Ja Du bist jedes Mal die Katzen-Lady Ne Emma-Lady war ich letztes Mal auch, also Oh, Cash, 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 Cash Und? Ja, wir gehen nochmal ein bisschen surfen Ne, mit ner richtiger Surfer Oh, shit Oh, shit Oh, mit ner 7 Die 7 ist nicht so gut, Mama Ja, ohne Witz, die kommt echt ganz schön häufig Äh, pay2win wieder bei Christian Haha, hat ja auch nicht gepayt Guck dir diesen Pay2win-Roller an, den er da hat Sieh, auch ne Dame Oh, ne 9 direkt hier Start durch Divers Ist ja egal, also 5 oder drüber ist ja Ist ja laden Der vollfassende Figur ist unterwegs Keiner ist so Ah doch, Jay ist abgeschlagen Okay Abgeschlagen Letzter Rot Na Jetzt kriegst du die 20 mal wieder Jetzt kriegst du die 20 mal wieder Ich würd mein Geld gerne wieder, Peter Ah Funktioniert das bei Hochzeiten, ne? Ja, aber ich wollt grad sagen Wär gemein, wenn du nicht so viel geben würdest, also Jeder gibt sich immer das gleiche Und wer nicht heiratet ist angeschissen Ey, das ist ein Witz Ja Christian gewinnt durch seine eigenen Würfel Nein, ja Geheilsfeld ist richtig kacke Da kriegst du halt nur Geheilt Ja, deswegen nervt mich dann auch Alter, Laser-Tepper Geh jetzt zum Konzert Die Schlauze voll Ich hab mir meine Krone gezockt Aber Konzerte haben nur noch gar nicht erlaubt Nein, ich hab 20 Dinger geschafft 20 Dinger? Ja, du hast doch hier so Fortschrittskram Die Puzzle Sachen Das ist viel wichtiger Komm jetzt hier Die Puzzle bleiben Gib Papa ne 3 Drei Ne 7 Ja, das Au! Find ich gut Scheiß Aber ne 2 allgemein ist ja gut Scheiß Oh ne das ist schlecht Ja und doch mal steuern ey Hey, come on Werbeaufrisör ist voll scheiße Pay to win sag ich da nur Pay to lose, ja Immer auf den kleinen Mann Das ist nicht schlecht Aber Jay, es sind auch harte Zeiten für die Werbeaufrisörer Oh Gott sei Dank hat er auch nicht gezählt Ja, es ist so Hey, what the fuck Ja, nice Komm, gönn mir nochmal ein bisschen Pena Hey, what the fuck What the fuck Ja, aber immerhin ein gutes Feldpotenzial Okay, Wohltätige Verein oder Bowling Duell 100k kann ich einem Gegner absnacken Ja, aber verliert Das ist schon schwierig Jeder will sowieso gamblen Nein, ich nehme ein Herz Was bist du denn für ein Langweiler? Ich hab, ich hab nix Das ist echt ein bisschen scheiße Dein Leben ist doch scheiße Ach, vielleicht ich sollte eigentlich auf Geld gehen Scheiß auf die Dinger da oben Ich sollte full on auf Geld gehen Ich krieg das Geld wieder Das ist ja, Jonathan Ist doch alles gut für dich Oh oh Nee, ich musste einmal auf die Huren steuern Oh nee, Schicksal Schicksal ist doch okay Letztes Mal wolltest du die ganze Zeit Schicksal haben Ja Guck mal, zack, Geld Ne, was krieg ich denn jetzt? Was ist denn das? Hä, jetzt hab ich ein normales Feld? Die Video war ab Besser als Steuern zahlen Warum denn als Roboter-Ingenieur? Ja, ich muss halt meine Promo-Videos schneiden Als Roboter-Ingenieur brauchst du Promo-Videos Ja Ja Bei mir ist alles übrigens lila Da läuft ein Knochen im Wasser Wie meine krasse Puppe genauso echt aussieht Ja, ich bin ja gar nicht geschwissen Doch, ich bin die Fünf Jawoll Du musst nur über die Farbe merken, oder? Jim, ich bin ruhig Ja, das ist schon zu stressig Peter, was für einen Job hast du? Weiß ich nicht, hab ich dir doch schon direkt gesagt Sportler, das steht unter deinem Namen Achso Ich bin Sportler Ich bin Sportler Oh, Lasertag Alle drehen Ich meine, selbst wenn ich nur 10.000 kriege, hab ich halt mehr Ja, aber Ja, hast du gewonnen, ne? Ja, aber du verlierst ja eben Verlierst im Endeffekt Neee Als Erster wäre ein Christian einfach Easy Game Kannst halt richtig viel gewinnen, oder kannst auch richtig viel verlieren Ich glaub nicht, dass ich ne Eins gleich würfel Ich glaub Häuser wird diese Runde nix Ach! Ne Vier Ach, wow Hat sich gelohnt bei dir So, jetzt kann ich meinen Robert holen hier Ach! Wie heißt du? Geil Ich bin beide Und du bist beide? Was, du bist Robert mit Robert, oder was? Ja Hä? Der eine heißt Robert, wie heißt du? Ich bin beide? Robert Ja, Robert 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 Aber was ist hier los? Gib Cash, gib Cash Ich hab nur bezahlt, was seid ihr für Assis, ey Schön Cash, musst du heiraten Du hast doch gesagt Scheiße auf Menschen und wolltest das nicht Ja, weil ich würde euch auch keine Geschenke dir geben Das ist so Selbstschuld Was heißt der Einzige, der jetzt 20k bezahlt hat, ist der Ja Nein Der hat 60 sogar bezahlt Ja, das stimmt Ja, ja, 20 an jeden Ey, ich komm halt Euro bei nix hinweg Krieg dich über Nee, du bist nachtragend, das stimmt Ha! Der war gut, Bill Because it's true Ja Oh Oh, er greift die Was ist denn gerade mit dran? Er greift die Herzen an Okay, okay, okay Jay's Loverboy Ah, scheiße Loverboy Loverboy Ach komm Ach komm, mach die zwei doch mal Jawohl, Trudat Ah ja, egal Okay, ich hab ne Frau Ich will jetzt voll auf Money gehen Also geh ich auf Investitionen Nee, du musst die Frau aus dem Auto werfen Peter Du brauchst ne 3 oder ich glaub ne 8 Scheiße Ja, ich hab hardcore verkackt 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 Ach komm schon Stark, Peter Not bad Oh, du hältst n besseren Job Exakt dazwischen Oh, das hat 100k Das kostet 100k Das sind die Standardjobs Das ist ja ganz schön scheiße, Peter Das ist richtig Müll gewesen Das ist richtig Müll Wie das ist richtig Müll jetzt? Ich seh doch nicht so'n Blödsinn Dein Leben ist zu ernähr Das ist ja richtig scheiße Ich hab mehr Money Das ist gut Glaub ich Das ist ja richtig Müll Warte da gewürfelt Oh, fasst hier die Steuerfahndung am Hals Wo kriegt der denn da gerade den neuen Job? Habe ich gar nicht gepasst? Gesundheit Danke, danke Gesundheit Glaube ich jetzt einem was? Verliere ich alleine was? Oder Gewinne ich jetzt ganz viel? Ah, ich fahr Kart Ich fahr total gerne Kart Dann ist zumindest der safere Ray, glaube ich Nein! Oh, da ist die 1 Dann hat sie dich, Sepp Das ist bitter Zumindest schon mal eine 3 mehr Oh, dann ist gut Dann ist gut Come on jetzt Komm, haben wir neue Schuhe Ja, ne 4 Nice Ich seh ne Chance Ich seh ne Chance Ja, Peter Jawoll Saulacker, ey So viel Geld Der, der eh schon mit Money Sack ist Aber belastend Müssen Peter richtig viel Cash abziehen Ja, dann zock dem doch mal ein bisschen was Ich hab halt nix in Punkten Ich hab 40.000 mehr als vorher, das ist super Peter, du hast trotzdem 400k mehr Ja, wie viel gibt das nochmal, wenn du so ne Krone hast? 400 Punkte 100.000 oder sogar 400.000 400.000 Ne, Krone ist 400 Punkte Also wie 400.000 Ja, aber 100 Punkte sind ja 100.000 Ja, ja Ja, okay 400.000 So, drehen zum Ziehen Okay, das war gefällt Das ist eigentlich sinnvoll Das ist zu hoch Das ist zu hoch Ha? Drei, vier, fünf Ey, komm doch hier hin auf dieses tolle Feld Das ist doch das zu hoch Ach, guck mal Ne, da hätt ich ja gerne lieber die Herzchen MoJ MoJ Verteidigt einer seine Position Das ist belastend Ja, wobei man aber auch bedenken muss Ich hab hier jetzt zweimal 100.000 davor ausgegeben Einmal noch Und ansonsten rechnet sich das einfach nicht Boah! Große Schritte Immerhin nicht auf Steuer Na, Jay ist auch noch am Start Nein Nein Ich hab vier Punkte da rein investiert Das muss ich jetzt contesten Mit vier? So, Peter, jetzt kriegst du eh einen neuen Job Nee, einen Job Upgrade krieg ich jetzt Kriegst du denn deinen neuen Job, Alter? Ja Du hättest einen dessen Job So dein Leben fortsetzen Die 100k hab ich mir jetzt mal gespart Hab ja gerade erst mal einen Job Warum? Aber da kriegst du die richtig guten Jobs Alter, ich bin ja auf Ja, scheiße, ey, Mann, ey 100.000 Ey, 100k wieder Bonus, ey So eine Scheiße Oh, Mann, ey, ekelhaft Ich hasse mein Weltfelder Ja, damit kann ich ja nicht rechnen Bevor ich auf dieses Fickfeld komme Boah, ekelhaft Mensch, würd ich mir auf übelst drüber aufdenken Wie ist das denn? Sepp, kannst du mal ein bisschen schneller machen? Ja, nee, ich muss noch ein bisschen sammeln Komm, 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 aus Vier Oh, eins, zwei, drei, vier Oh, das war krass Hauptsache, kannst du nicht steuern 1,8,10 Komm, mach nochmal Kart, Renn Wie hör dir das Facken Hörbuch an? Guck mal, Peters Frühstuhl rechts Nee, auf gar keinen Fall, ey Ihr kriegt nicht runter Meine Haare gehen bloß Nicht runter Ihr seid so ungönner, einfach Ich hab letzte Runde schon gegönnt Ihr könnt ja mal gegönnen Ich gönne jedem den zweiten Platz Ha, 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 ha Ich gönne mir immer nur den ersten Oh, hopp, hopp Verlastend Alter, ist voll das Labyrinth bei mir In der Mitte, krass Du, 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 du Oh, ne Eins Oh, ne Eins Neues Er macht auch keinen neuen Job Ne, was soll ich damit? Verkaufe einen Ah, da wird jetzt auch noch Er verteidigt aber auch Ja, mit drei Punkten Müssen ihn an allen Fronten angreifen Der zwei kann er nicht verteidigen Ja, richtig krass Ficken Ach, der ist ja noch weiterhin Ficken, ficken, ficken Wie gesagt, drei, acht oder zehn brauchst du Wenn du links rum gehst Hab eh kein Reich Oh, ne Das sieht man auf Ha, 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 ha Ha, 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 ha Jä ist jetzt nicht fieten Komm jetzt hier Keir, steuern Oh, steuern Steuern Oh, uh, steuern Ah, lagweilig Jä hätt lieber die Steuer gehabt Ich gönn Geil, komm! Jaaa! Ich gönne den aber richtig! Nice! Ja, Peter würde jetzt, also das wäre jetzt auch schlimm gewesen, wenn Peter wieder die 200k kriegt. Was passiert denn jetzt? Alter, da war gerade der Peerball. Ich habe gehört, wir haben beide gewonnen. Wir kriegen beide 200. Das heißt, es gibt keinen vierten Platz? Wir müssen beide 200 kriegen. Doch, es gibt keinen zweiten, glaube ich. Nix da, wir müssen normal drehen. Alle? Nein! Nice! Come on, come on, come on! Yes! Da ist die Eins. Aber Sepp ist trotzdem halt Zweiter, weil ich krieg nur 10. Aber letztes Mal war, glaube ich, Dritter und Vierter oder so. Die waren zusammen. Guck mal, hab ich euch gegönnt. Na, danke, Jayme. Gerne. Peter gönnt dir auch. Peter gönnt auch nochmal. Peter ist so ein Vier, ne? Oh, jetzt aber, die Chance. Bruchbude, komm schon! Verkaufen! Verkaufen! Bei mir sitzt eine schwarze Katze auf der Veranda. Der hatte so ein schönes Waldhütchen. Das ist so lustig, wenn ich immer irgendwelche Details verraten kann, die ihr nicht seht. Das ist doch... Das ist gut, das ist gut. Nein, das ist Gehalt! Scheiße! Also ich bin da ein bisschen unfair. Ich finde, man sollte zumindest 1,5-faches Gehalt kriegen, wenn man auf diese Felder kommt. Ja, ich stimme dir zu. Völlig unnütz einfach. Ja, wobei, die sind dafür da, dass man sich ärgert vielleicht. Ja, du musst ja auch mal die Nieten haben. Ja. Was sagt mir denn eine 5? Eins, zwei, drei, vier... Du brauchst ja auch mal Rückwege. Ah ne, das ist der Bonus! Da gibt's den Bonus, das ist der Bonus, jawoll! Normalerweise geht man ja davon auf... Ey, Moment, aber... Du kriegst einfach 100k. Ja, zusätzlich zum Gehalt, das wurde ja vorher, glaub ich, schon drauf geschaut. Ja, ja, ich verdiene halt gar nicht. Alter, muss ich jetzt hier so Gas geben, Mann? Ich will noch mal zwischendurch hier noch mal einen reinstecken. Nee. J, du hast das Loch nicht gefunden. Nee, das ist richtig kacke. Und der geht sogar noch studieren. Ich werd jetzt richtig krasser Typ. Richtig krass wird er jetzt. Du bist Rotenrasierer. Medium ist ja Sinn. Aber Geisterjäger ist auch richtig... Aber da spiel ich Medium über Skype. Ja, aber guck mal, die 6... Guck mal, das ist doch auch voll OP, weißt du. 160k Gehalt und die 6. Das ist schon nice. Aber die 6 sollte doch genauso häufig kommen, wie die 10. Ja, aber auf die 10 würfelt doch keine Sau. Nee, also die 10 ist auch noch nicht einmal gekommen, tatsächlich. Das stimmt nicht. Zum mir Geld geben? Seitdem du das hast vielleicht nicht, das stimmt. Ja, das meine ich. Die kam schon. Ja, du drehst dir doch eigentlich... Drehst du dir doch das Ding hier, damit du nichts hin würfelst, oder? Ich dreh das irgendwie nicht. Aber da kannst du ja keine Aussagen... Geldfestor ist unterwegs. Oh, Peter, was kriegst du diesmal? Was kriegst du diesmal? Das Hausmeister ist das Treibhaus. Alter, das sieht... Einzimmer oder Luxuswohl. Ich würde rechts nehmen. Das Hausmeisterhaus sieht irgendwie scheiße aus. Ja, würde ich auch nehmen, Peter. Das Treibhaus sieht krasser aus. Da ist sogar Sushi. Da wartet Sushi auf dich. Ich bin für links tatsächlich. Hä, guck mal, du hast doch viel mehr Gewinn. 400k statt. Ach, Peter. 300... Ja? Ja, aber links verliere ich auch weniger dann. Also das Verhältnis ist besser. You know? Der rechts ist einfach eine Verdopplung. Links ist nicht einfach nur eine Verdopplung, sondern es ist ein bisschen mehr als eine Verdopplung. Links ist halt... Einfach schlechter. Das stimmt schon. Nee, er ist einfach schlechter. Das stimmt schon. Mathe, Mann. Das hättest du immer nicht machen sollen. Und jetzt hat er die Führung übernommen. Jawoll. Money, Manni. Nee, du hast auch... Aber jetzt auch zwei Häuser. Nee, ein mehr. Stimmt, du hast... Du durfst schon zweimal kaufen, frech. Das ist krass. Ja, aber ich hab jetzt auch nicht mehr so viel. Das ist halt auch echt eine Frechheit, weißt du. Du kriegst halt mit den Reichtumsdingern, kriegst du die Reichtumpunkte plus du kannst auch noch richtig damit verdienen. Das heißt, du kriegst gar nicht diese 100.000 abgezogen und Dankeschön, Seth. Ja. Häuser sind geil. Häuser sind echt OP. Nein. Oh, steuern. Ha! Ha! Ich hab das Geld abgekackt hier. Habe ich Escape gedrückt? Ups. Die wievielte Runde kommt jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Hey, wir sind ja schon relativ nah am Ende, oder? Ja. Nee. Also ich schon. Aber Sepp und Jay noch nicht. Eins. Christian möchte... Yay! Und der kriegt natürlich nen Scheiß Blach, weil er nicht verhütet hat. So ne Scheiße. Ja Jay, so läuft das. Ja Jay, so läuft das. Ja Jay, so läuft das. Vielleicht wurde ich ja doch einfach. Nee! Doch! Man hat einen Sohn gekriegt. Man hat einen Upgrade hier. Das ist ne absolute Frechheit. Ey, wie soll man damit denn... Boah, ficken! Ja, genau das hab ich gezahlt. Ja, so läuft das Jay. 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 No shit, Sherlock. Da gibt der Jayles aber Gas. Da ist er wild. Boah. Ja, guck mal, da ist mir direkt noch ein E-P da auf dem Fersen. Oh, jetzt... Oh. Ich gönne einfach. Ja, das ist gut. Sieben ist stark. Sieben ist okay. Das ist echt nicht stark. Das ist echt nicht stark. Ja, Peter, das ist nicht so stark. Ach komm. Ey, das ist nicht dein Ernstes. Peter, schummel dich wieder. Ja, ohne Scheiß. Ich schummel dich. Ich geh immer mit dieser fucking Maus aus dem Bild raus. Dann schmeiß ich dich raus. Ja, ist okay. Schmeiß ich dich raus. Ach komm, ey. Jawoll, nice. Nice, guck. Bitte, bitte, gönn. Könntest du Bram dich mal mit Leertaste drehen? Ja, mit Leertaste kannst du auch drehen. Aber dann sieht Jay das nicht. Nein! Oh, wir müssen nochmal Jay. Scheiße. Jetzt bin ich zumindest schon mal Zweiter. Das ist okay. Hoch! Oh, nicht so zu. Nein! Juhu! Ich dachte, wir wollen mal 200k haben. Nice. Guck mal, Jay hatte 200k. Peter hatte 200k. Ich hatte auch 200k. Der ist mein direkter Liebeskonkurrent, ey. Der weiß halt, wie man sich vermehrt. Ich hab das noch nicht gefunden, wie das geht. Was ist denn hier eigentlich gerade? Warum wird deine Nummer? Aber Robert ist ihm. Robert soll einfach nicht schwanger werden. Ich verstehe das nicht. Achso, bei mir stand da noch nicht, dass du dran bist. Da warst du schon im Würfel. Ohhhh! Du hast so voll der Geisterwald jetzt. Gewinne oder verliere alles. Das ist das Schicksal entscheidend. Ich würde eigentlich gerade sagen, Sepp hat das auch das letzte Mal gemacht. Das war so okay, glaube ich. Ich bin nicht vorne. Das ist das Problem. Du darfst halt nur nicht auf die Steuerdinger drauf kommen. Das ist mein... Du hast ja auf jedem Feld die Möglichkeit Steuern zu bezahlen. Das stimmt. Das ist ja nicht gerade klein. Eine Spielshow, die riskant heißt. Das ist ein Drittel, glaube ich sogar, oder? Alter, ich kann es so krassen. Ne, ein Viertel, oder? Na, Peter, da... Ist das wirklich so ein... Ich könnte es erkennen. Peter bewegt die ganze Zeit da drast. Ja, bis er halt die 100k hat. Ja, nein, das ist halt... Ich komme halt immer raus aus diesem scheiß Fenster, ist mein Problem. Bla, bla, bla. Ich höre nur ausreden, ey. Ja, ich kann auch mit Leertaste machen. Nee. Guck mal, so dreht man, Peter. Das ist gut. Hexen. Also ich muss nur im Nachhinein sagen, die 7 war doch nicht so schlecht. Ja, das würde ich aber aussagen. Also irgendwie ist mein Leben doch scheiß. Ich bin alleine, hab niemanden. Du wolltest niemanden anderen haben. Du bist ja auch Roboter. Dann hast du dich beschwert und du kein Geld kriegst, weil du keinen anderen hast. Weißt du, wenn ich hoch würfeln soll, ja? Dann würfel ich tief. Guck mal, kannst du das Tier an jetzt. Das ist doch super. Dann muss ich nur mal beschweren. Wie gemeckert. Das ist der Wahnsinn. Das ist die absolute Mecker-Runde. Da, willst du ein Buchhaus oder ein Buchhaus? Ja, aber Peter, der hat eine ganze Insel direkt. Hey, der hat das so schnell weggedrückt. Der hat das so schnell weggedrückt. Ich hab das so schnell weggedrückt. Die Animation war doch da. Der hat das Haus vom Herr der Schildkröten gekauft. Geisterhaus. Da rechts unten die Insel hat der. Geisterschiff. Oh, jetzt sind die Häuser alle auf der Map drauf? Vielleicht. Vielleicht. Das war falsch. Hey. Drei? Nein. Äh, das ist nicht so drauf. Doch mit drei. Ach, Mann, oh. Ich wollte doch investieren. Vielleicht kann ich jetzt investieren. Komm schon. Das Haus wär toll. Das Haus. Ne, kriegt eh den scheiß Schnuller. Was will ich denn mit dem Schnuller? Ja, okay. 100k. Ja, bitte. Die Mülle. Der hat die Millionär. Ja, aber letztes Mal hatte Jay. Ich weiß noch, Jay hatte super viel Kohle, aber das war nicht der Weg zum Sieg. Du hast zwei Kronen. Das ist viel krasser an dir, ne? Das nervt mich so sehr, dass ich einfach keine verfickte Krone habe, obwohl ich so viele Punkte hab. Maaan. Du bist halt nur Durchschnitt, Jonathan. Ist nirgendwo überwagend. Ja, scheiße ist das. Das ist richtig. Oh. Schicksal. Steuern, Steuern. Jan, Steuern. Jan, Steuern. Jan, Steuern. Jan, Steuern. Jan, Steuern. Endlich mal. 90k weg. An der Allgemeinheit beteiligen. Belastend. Was Kleines. Oh, nur ein Zehn. Yes. Finally. Wollt mich doch alle bumsen, oder? Nee. Da kannst eh nur eine 5-Würfeln. Also alles gut. Oh, rechts wird nochmal Gehalt. Mach nochmal so eine Zehn. Ach. Das ist ganz okay. Niemand will. Eins ist okay. Alter, was eine hübsche Sonnenbrille. Leck mich am Arsch. Heirate? Zweite Chance. Ach ficken, ey. Ich bleib alleine. Hast du dich wieder dagegen entschieden? Ja. Alter, ist doch scheiße. Der ist doch 20 oder 10k haben können. Die gehen mir einfach nur auf die Eier. Von jedem vor allen Dingen. Ja. Aber entsteht nicht. Vielleicht kommt wieder. Ich bin dabei so alleine. Ja, aber ich habe eine schöne Sonnenbrille. Ach, komm schon. Nee, die Zehn war aber auch ein zu krass, Peter. Ja. Das war nicht das smarteste Move. Wofür hast du dich entschieden? Das ging jetzt schnell. Für rechts rum. Alles safe hier. Alle glauben, sie könnten gewinnen. Nee, aber weil ich links, glaube ich, als ich da lang gegangen bin, immer nur zahlen musste. Ah, ja. Tülle, vielleicht fühlst du es besser als Oda 99. Es gibt doch gar kein Feld mehr, oder? Ich bin gar nicht sicher. Doch, doch. Eins kurz vor Ende. Na. Ja. Ach, komm. Das ist ein besseres Geist. Na, guck mal, Arbeitskollege. Hey, Christian. Aber jetzt habe ich die 7 nicht mehr. Die 1 ist auch gut. Die 1 kam auch richtig häufig. Aber jetzt kommt die nicht mehr. Jetzt kommt die 7. Jetzt kommen die 2 erst mal. Dankeschön. 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 Guck mal, hast du mir noch ein Feld hier? Was ist denn jetzt passiert? Ich hab' dir auf die Map geschaut. Gönn! Kein Gönn. Ja, aber 20k sind 20k. Was kann ich sagen? Ist das nix, ne? 80 wären drin gewesen, aber... Besser als Omgeheizfelsflach. 80k, ich brauch die. Ich krieg keine Kackkrone. Viel zu viel. Besser als Omgeheizfelsflach. Wie viel zu viel? Ich bin schon da. Das ist ja super. Du kriegst doch jetzt hier Bonus, weil du Erster bist. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ich würde auch gern so viel Geld haben. Okay, Häuser verkaufen. Oben rechts. Unten Mitte ist das immer. Ach Quatsch. Das wär immer unten Mitte. Das ist nicht immer unten Mitte. Oben links. Oben rechts! Siehste? Als ob er so ein Lacker ist. Ich hasse Peter einfach. Ich hasse ihn zu sein Glück. Das ist immer unten. Ich hab auf Christian gehört. Und Mitte ist das immer unten Mitte. Einmal muss reichen. Na, wenigst nicht das Geile. Suckt. Wait, musst du das nehmen? Ja, ist echt schrecklich. Ja, scheinbar. Ah stimmt, wenn du im Spiel verkaufen gehst, dann kriegst du ihn ja auch schon. Genau, arme Socke. Jo. Ja, hilft dir jetzt einer und sagt, dass du rechts drehen kannst oder links geht. Hu hu hu. Reich, du bist nicht sicher, Peter. Er ist auch nicht sicher. Alter, Geisterjäger-Wohnwagen. Ach komm, als ob er was auswählen darf. Ach komm, schau. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Peter, mit meinem Intellekt kannst du das aber nicht mithalten. Ohne drei. Drei ist gut. Abgeholtiger Roboter-Ingenieur. Ich bin sympathisch. Drei ist gut. Machen wir nochmal einfach eine Fortbildung, ne, würde ich sagen. Alter, wie viel Geld der einfach schockiert. Ja, ohne Witz. Ja, einmal noch. Je nachdem, was du wirfst. Achso, ne, stimmt. Einen Gehaltsfeld gibts noch. Ja, genau. Weil vielleicht kriegst du, gibts das auch über die normalen Felder, so von dem hier, du kriegst immer Gehalt oder so. Glaube nicht. Aber hier krieg ich nochmal ein bisschen Bonus-Gehalt. Aber mein Bonus existiert jetzt auch nicht mehr, weil ich im Ruhestand bin. Jep. Wenn du durch bist, dann ist... Das Feld ist dann vorbei. Oh. Wow. Ja, das macht ja immer gar nichts. Ich spiele Sudoku. Haben wir auch noch nie gemacht. Ne, stimmt. Wow. Guter Wurf. Ich glaube, letzter oder dritter oder zweiter, scheißegal. Alles scheiße. Was? Dann erster Wer gewinnt denn? Wer gewinnt denn? Achso. Ich nicht, wenn das so weitergeht. Und dann geh ich mal auf Gisiko und, äh, krieg ich jetzt mal ein Zimmern Haus. Das wär ärgerlich, aber dann hab ich's wenigstens probiert. Na gut. 100k. Aber... Ich hab trotzdem keine Scheiße gegen euch. Aber... Ich hab trotzdem keine Scheiße gegen euch. Du bist doch jetzt Millionär wieder. Ja, das bringt mir gar nichts, weil ihr alle mehr als eine Million habt. Ich hab gar nicht. 1,8 Pille und ne Scheiß Krone. Ich hab gar nicht mehr als eine Krone. Ich hab gar nicht mehr als eine Krone. Ich kick den rechtsblick. Geht das? Nee. Ich kick den. Absolute Freyheit. Was ragt der eigentlich so rum hier? Das ist doch scheiße. Guck mal, Christian. Ja, dann krieg ich das wieder alles. Ja. Unter Kollegen. Oh, ich werd gekommen. Oh. Oh. Let's give it a try. Oh. Ja. Komm schon. Damit hast du ne Chance noch vielleicht zu gewinnen dann. Vielleicht ist der besser, weil die Leertaste muss man drücken, ne? Vielleicht... Mhm. Scheiß. Das sieht man nicht. Ah, jetzt versteh ich die Problematik dahinter. Naja. Wenn du Leertaste drückst, deswegen hat man Bram's Würfel nie gesehen. Boah. Gönn ich euch nochmal. Da ist die Chance halt noch zu gewinnen gegen Peter, ne? Aber ich glaub nicht hat einer nachs Herzensschaft, ehrlich gesagt. Nee, das glaub ich auch. Peter ist ein richtiger Loverboy. Da seh ich nicht eh nicht mehr. Okay. Ich muss jetzt hart gut würfeln. Ein Dance-Off-Battle mit euch. Das will ich sehen. Warum zählt er? Ach komm, Leertaste. Leertaste war scheiße. Nur vier. Würfel lieber selber. Jawoll. Das ist gut. Jawoll. So, Peter nimm schmeidige Einswäsche. Sucke, Peter. Ich hasse ihn. Ach man, wieso zackt der denn nicht rein? Was? Vier, vier. Alle drehen nochmal, bitte. Nee, wir sind scheinbar gleich. Hä? Das fängt geil. Ich glaub wir bleiben auf dem Rückenplatz. Erstmal Jay. Ja, das kann sein. Erster, Zweiter wird wahrscheinlich jetzt immer nur ausgefüllt. Ach man. Der Sechster, okay. Ich wollt grad sagen, ist prozentual besser. Ah, ich hasse ihn. Peter darf jetzt bei der Sechs anfangen, weißt du? Ja, wir bleiben drei. Bleiben wir sogar da hin. Ja, eins und zwei wird ausgewürfelt. Deswegen war wahrscheinlich letztes Mal auch, dass der vierte Platz gleich war, oder? Ja. Der kann ja nicht, der dritte. Der vierte kann ja nicht gleich bleiben. Bin gebrochen. Oh, steuern. Spielen. Man tritt nicht auf Leute, die am Boden liegen. Finde ich eigentlich doch ganz okay. Das wird jetzt schwierig für dich noch zu gewinnen, Jay. Wow. Wieso darf Peter eigentlich immer auswählen? Das ist jetzt von drei mal zwei. Das ist nicht immer. Hoffentlich rutschen dir die Ärmel beim Händewaschen runter. Ich hab ein T-Shirt an. Ja, Christian, ich gönne dir nochmal. Ich muss jetzt gegen Peter antreten und immer Glücksschweinsfelder kriegen. Komm, ey. Hoffentlich scheißt dir Hanni vor die Tür und du trittst rein. Fickt euch doch alle. Aha, jetzt heiratet ihr jetzt. Jetzt fängt er an, weißt du. Kurz vorm Abkratzen. Ja. Ich brauch noch nen guten Erben. Ich glaub mit Kindern wird er dabei schwierig. Ja. Weißt du, kurz vorm Abnippeln holt er sich nochmal irgendwie so ne ganz... Oh, da ist ne rot. Ey. Immerhin. Zumindest von Jepp haben wir 10k gekriegt hier. Ich würde eh mal interessieren, wieviel sich hier immer ausgleicht, von dem ich hin und her bezahle. Ja, ja. Könnt ihr jetzt auch mal langsam ankommen? Nee, Peter hat die ganze Zeit nur gezogen. Ja, Peter, ich bin dabei. Jawoll. Punktlandung. Ich glaub, wo geht's denn hin? Ich steh ja direkt dahinter. Ich glaub Sepp ist der, der am weitesten weg ist. Ja. Also kommt drauf an, ob ich jetzt so ein kleines würfel oder nicht. Könnt zumindest einen Zwischenstopp machen. Ich weiß gar nicht, wieviel Geld man bekommt, wenn man quasi links rum geht. Äh, 100 oder 10 oder so. Als ob. Hier bin ich auf die Eier. Find ich gut. Alter, da muss ich natürlich nochmal den einzigen Pimmelberger, der noch irgendwie da ist, nochmal zahlen, oder was? Bevor ich die zwei habe, um in diesen verfickten Huren so in den Ruhestand reinzugehen, oder was? Willst du mich komplett verarschen? Dreckiges Scheißspiel. Das ist nicht gut für deinen Druck. Nimm deine Tabletten, bitte. Wer hat das gesehen, Jonathan? Oh, das ist natürlich gutes Cash. Okay. Wieso denn Peter? Alter, das ist voll unnötig. So einen alten Knacker da nochmal was machen lassen. Peter ist generell unnötig. Ja, da geb ich dir recht, Jonathan. So, Sepp, du musst dir jetzt Zeit lassen, dass ich noch zweimal ein Glücksschweinchen würfeln kann. Oh, nee. Ich hol mir jetzt einfach ein Glücksschweinchen. Oh, Sepp hat aber auch 5. Kommt das Glücksschweinchen noch oder nicht? Glaub ich nicht. Also selbst wenn ich jetzt schwarz mache, könnte ich mir vorstellen, dass du nicht irgendwie Du brauchst halt 6. Du brauchst halt 6. Du brauchst halt 6. Mach halt auch wieder schwarz, ne? Kommt das Glücksschwein. Ja, macht halt auch wieder schwarz mit dem Glücksschwein, ey. Als Schwanz? Komm. Gib mir ein Huni. Gib mir ein Huni. Oh, gib mir ein Huni. Ja, da ist er doch der Huni. Dann auch, weißt du, beide Male schwarz mit der 10. Weißt du, aber vorher, wenn es richtig um Geld geht, dann befülle ich mal ne 2. Ja, okay, okay, okay. Komm schon, komm schon. Yes! Als ob er wieder so ein Glücksschwein hat. So ein Lacker, der Peter. Fickt euch! Keiner mag dich einfach. Sepp, kannst du mal aufhören, so niedrige Sachen zu würfeln? Willst du mich verarschen? Ich bin okay, Geset. Jetzt krieg ich wenigstens die Doppelte. Jetzt krieg ich wenigstens die Doppelte. Dann ist neun. Oh, ja. Oh, gewinne 100k vom Gegner. Oh. Okay, okay. Dress Boy. Okay, da wird nochmal angegriffen. Komm, 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 komm. Oh Gott, ey. Ich sollte so was anziehen. Jetzt schenkst du Peter auch nochmal 100k ein. Jetzt gibt dem nicht noch 100k, ey. Jawohl. Oh. Okay, der hättest aber auch keine Chance gegeben. Oh Mann, ey. Peter ist wirklich ein richtig fieser Parasit. Ja. Ey, wieso Efeu? Ja, schlimmer. Peter ist einfach ne Kreuzung aus Efeu und Egel. Achso. Iiii. Jetzt wird's hart. Ja, aber das bisschen. Alter, der widerspricht. So ne richtige Streptokocke. Gönn. Aber ich glaub, Sepp kommt das ruhig. Ey. Ey. Ich hoffe. Zehn. Zehn. Du brauchst nur Schwarz. Ja, hast 10k gekriegt. Das wolltest du doch, oder? Zwei Hände, drei. Stimmt. Boah. Parasit. Komm, 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 komm. Was soll ich noch brauchen? Nein. Wortlichter, cool. Da ist die Chance. So, der piedrig würfelt. Niedrig würfelt. Du hast nicht die Wortlichter genommen. Ich hasse Peter. Hab ich einfach gemacht, um dich abzuhalten. Ja, das könnte reichen. Eins, zwei. Doch. Das reicht. Christian. Oh, der kriegt doch alles zu. Da ist die Krone weg, oder? Nein, nein, nein. Sepp. Sepp darf noch mal nachwürfeln. Der darf noch mal nachwürfeln. Der darf noch mal nachwürfeln. Der darf noch mal nachwürfeln. Ich darf noch mal nachwürfeln. Oh, das wäre so witzig, wenn er dann doch verliert. Das wäre sehr witzig. Nein. Schade. Schade, schade. Christian ist raus aus der Geschichte. Hauptsache, wenn... Der hat sich da aber auch ein bisschen gätzt. Ich bin... Ich hab nix. Ich hab nur 1500 Punkte. Das ist einfach nur ein Fliegenschiss. Das ist wirklich kack... Nein! Wichtig! Oh mein Gott! Jetzt kann Sepp noch mal nachlegen. Oh mein Gott! Jetzt ist das Schweinchen hoch. Dann hätt jetzt zwei Kronen. Das wäre lecker. Dann bekäck ich mich aber richtig hart. Das wäre schon lecker. Dann hat er auf jeden Fall gewonnen, würde ich sagen. Ne, dann nicht. Hab ich nicht. Guck mal, wie viel Geld ich hab. Ja. Aber du hast noch ein Haus. Ja, und du hast noch ein Haus. Du hast noch ein Haus. Komm jetzt. Reichtum, Sepp. Unten, Mitte. Ja, ist schon ein Push. 118 K ist so nice. Schade. Du darfst jetzt nur nicht das Schwein kriegen. Ey, Mann! Weißt du nicht mal, wo die anderen sind? Schweinchen, 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 Schweinchen. Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Schweinchen, 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 Schweinchen. Ja. Das muss man sich schwarz schaffen. Komm, komm, schwarz. Schwarz, 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 schwarz. Ja! Nein! Ja! Ja! Das kann nicht wahr sein! Ich geh zu den Nordlichtern. Okay. Mir wird nicht übel, dass du nicht zu den Nordlichtern gegangen bist. Ha! Da ist die Krone! Holy shit! Da ist die Krone! Was für ein Spiel. Was ein Quatsch. Okay, das war dein erstes Spiel von Game of Life. Von den Game of Life 2. Weil am Ende echt nur mal spannend war. Richtig spannend war. Ich weiß immer noch nicht, wer gewonnen hat. Das war krass. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, du hast gewonnen. Du hast jetzt noch mal 1,6 Millionen. Nee, du hast noch mal 800k. Holy, der hat 500.000 Punkte mehr! Aber ich hab keine Ahnung. Die werden einzeln gezählt auch, ne? Ja, weiß nicht. Ich hab einfach gar nichts, hab ich! Ja, Peter gewinnt mal easy, oder? Nein. Jetzt kommt der Bonus. Ja, genau. Peter ist immer noch vorne. Nee. Oh, Peter hat gewonnen. Peter hat gewonnen. Peter hat gewonnen. Es ist krass. Ja, easy snack. Alter, ich bin sogar noch dritter geworden. Krass. Ha! Aber das war spannend. Kannst du dir deine Krone in deinen Arsch noch stecken, Junge. Jetzt sind die Chance, der. Die sind alle behindert. Oh, ja. Peter war mal wieder total unsympathisch hier in dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, Jay, mehr war auch nicht drin. Fuck du! Hätte ich das Schwein am Ende noch bekommen, hätte ich sogar gewonnen. Oh, Mann, ey. Ist das schlecht. Tschüss. Haut rein, tschau. Tschüss. Tschau.